Bevor ich anfange, ganz kurz mal, muss ich noch mal sehen, wie die Konditionen hier sind. Also hier mit dem Wind klappt es. Es sieht okay aus. Okay, 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 okay. Es ist noch früher Morgen, da fällt es schwer zu klatschen. Okay, machen wir ein bisschen schwieriger. So. Ole. Und jetzt. Ja, es wäre eigentlich der Moment. Okay, für die Tore sind der Trina von in Berlin hier. Heuer, Foto. Nee, okay.